Jo mo moin lev lüte und heute liebe landraten und rädchen und herzlich willkommen zu Jo mo moin lev lüte und heute liebe landraten und rädchen und herzlich willkommen zu high five chroma gun teil fünf wir machen heute den speedrun ich habe den jetzt schon gerade hinter mir gebracht wirklich gut war ich nicht muss ich zugeben ihr werdet es gleich sehen ich werde es ein bisschen wahrscheinlich im schnelldurchlauf laufen lassen weil es ging ein bisschen länger ich kannte ja auch nur durch die die ersten vier videos ungefähr wenn ich das jetzt grob berechnen würde vielleicht 25 30 prozent der gesamten spielwelt der rest war völlig blind man die karten aber so oft durchgestattet dass es im speedrun so viele minuten gekostet hat das geht auf keine kugel mehr aber naja egal ich würde sagen ich wünsche euch jetzt noch viel spaß bei diesem letzten video für high five wie gesagt vergessen in die kommentare zu schreiben wie hat euch das spiel gefallen wie gefällt euch das format und wenn euch alles gefällt gibt einen daumen hoch ansonsten facebook twitter steam und coca gig findet ihr auch als und in der beschreibung auch alle links zum spiel chroma ganz von den jungs von pixelmaniacs und ich bin dann nur einmal bei chris und jetzt viel spaß beim speedrun naja slow speedrun dann Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 You finished the speedrun. Congratulations! And oh my god, you did it in only one... 1h und 6 minuten und 50, 10,6 Sekunden. Das ist unglaublich, ich denke. Wow. In any case, danke für das Spiel. Pixelmaniacs, aus. Freunde, Alter, das war anstrengend. Und boah. Ja, ich bedanke mich bei allen, die so lange durchgehalten haben. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Am Ende haben wir jetzt scheinbar doch das gesamte Spiel gezeigt. Das war jetzt nicht so beabsichtigt. Aber ich denke, mit einer Stunde bin ich auch weit, 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 weit weg von den richtigen High-Speed-Run-Geschichten. Es war aber auch zu ungefähr 75 Prozent des letzten Teils. Es war komplett blind. Ich hoffe, es hat euch dennoch gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch gebt. Schreibt mir in die Kommentare, ob euch das Spiel so weit gefallen hat. Ich bedanke mich jetzt nochmal beim Chris von Pixelmaniacs für den Key. Hat wirklich eine Menge, Menge Spaß gemacht, das Spiel. Macht weiter so, Freunde. Seid auf einem guten Weg. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, hummel, hummel, moz, moz. Und für alle, die das Spiel interessiert, alle Links dazu findet ihr, wie gesagt, unten in der Videobeschreibung. Bis dahin, macht's gut. Hallo, das ist Mary. Hallo, mein Name ist Murdoch. Ich bin ein attorney für eine Video-Game-Company. Ich habe das Spiel gemacht. Ich bin nicht sicher, was das Name ist. Ich bin nicht wirklich familiar mit den Details. But, uh, I'll just cut straight to the chase. They're saying you stole their game. And, um, well, they want a crap load of money. And, um, well, I'm telling you to give it to them, I guess. Uh, Murdoch here. Call me. Um, well, I'll just cut that out. Vielen Dank.